Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Bibermann, was gibt's heute? Steg! Und danach? Nachttisch! Verliebte Schlittkröten flirten nicht. Sie twirteln. Statt einem Blumenmädchen hätte ich bei meiner Hochzeit gerne einen Parmesan-Jungen, der Käse auf dem Weg streut. Sackrasiert, wie so einer mit Hoffnung. Was ist ein Biber im Restaurant? Stammkunde! Was soll ich auf eine Party mitbringen? Nur gute Laune. Hab abgesagt. Wir können nicht mehr länger befreundet sein. Du bist total sexbesessen. Ach, du interpretierst da viel zu viel. Rein, raus, rein, raus. Oh Gott, ich bin so hungrig. Ich könnte jetzt glatt die Pizzakrümel aus der Zwischenräume der Tastatur lecken. Zwei Jungs gerade in der S-Bahn. Weißt du, was passiert, wenn der Geier ausstirbt? Nein, was denn? Dann bist du der hässlichste Vogel. Wir brauchen für unsere Band noch einen Rassisten. Meinst du Bassisten? Wie heißt der da, die Rassel schüttelt? Kennt ihr diese Leute, die durch exzessive Akkumulation von Fremdwörtern Pseudokompetenz suggerieren wollen? Wie lief die Arbeit mit dem Sekundenkleber? Ich? Eben ist mein Ikea-Regal von der Wand gefallen. Wie unangebracht. Wenn man weiß, wie viele Tippfehler Donald Trump bei seinen Tweets macht, muss man sich wegen der Atomwaffen-Codes keine Sorgen mehr machen. Mh, dein Bart macht dich so männlich. Nicht anfassen. Die Himbeer-Aloe-Vera-Spülung muss erst einwirken. Schon krass, wenn ein Fußballspieler für 222 Millionen Euro den Verein wechselt. Ich meine, dafür könnte man viermal ins Kino mitgetränkt Popcorn und Nachos. Mir wurde schon dreimal das Fahrrad geklaut. Jetzt habe ich mir ein Schloss gekauft, da stelle ich das abends immer rein. Ich kenne einen Trick, der dich deine Dummheit vergessen lässt. Aber ich bin nicht dumm. Siehst du? Neulich auf einer Hochzeit sollten alle verheirateten Männer auf die Person zu gehen, die ihr Leben lebenswert macht. Der Barkeeper wurde fast zu Tode getrampelt. Markus, du wirst später mal nicht dafür bezahlt, dass du aus dem Fenster guckst. Markus, 29, mittlerweile Pilot. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen Scheiß-Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam-Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.